Kapitel 2 Flucht unmöglich Das war doch schon mal sehr genial Oh mein Gott, wir sehen hier sogar die ganzen Twitter-Nachrichten von Bewohnern, die da leben Auf der rechten Seite What the hell? Bitte, Gaia. Ob Michael Morbius die treibende Kraft war? Netter Kerl. Aber niemand sonst war so interessiert an meiner Forschung. Er hat aus irgendeinem Grund immer darauf gedrängt, an Fledermäusen zu experimentieren. Da draußen sind keine Fledermäuse, Doc. Das ist lächerlich. Allerdings gibt es da eine Ratte. Das stimmt wohl. Ich wette, dieses Exemplar ist besonders ansteckend. Mich beunruhigen nicht diese neuen Artenkreuzungen, sondern das tödliche Virus, das als Lebeneffekt aufgeteilt hat. Wie er noch seinen Anzug anhat, den Erzähler. Und wenn es die Hälfte meiner früheren Kollegen infiziert hat. Und Gwen. Und Gwen. Und was ist unsere einzige Hoffnung? Alistair Smythe und seine Killer-Roboter? Sie werden der Stadt Schlimmeres antun, als das Virus je könnte. Es muss einen anderen Weg geben. Tja, ich bin sicher nicht nur hier eingebrochen, um ein bisschen zu plaudern. Was? Was meinst du damit? Ich werde sie hier rausholen. Wirklich? Spider-Man befreit die Echse aus ihrer Zelle? Wer ist hier der Verrückte? Genug diskutiert. Zeit für eine Entscheidung. Halt. Wenn du das tust, musst du mir versprechen. Ganz gleich, was auch passiert. Wenn es vorbei ist, musst du mich zurückbringen. Los. Gehen wir, bevor die Medikamente abklingen. Und ich merke, wie verrückt das Ganze wirklich ist. Sobald ich diese Tür aufkriege, rennen sie so schnell wie möglich. Alles klar? Okay. Verstanden. Ob das so eine gute Idee ist, die Echse zu befreien? Puh. Wir haben erstmal ein neues Upgrade. Checken wir das doch mal. Okay, was nehmen wir jetzt? Schnell Feuer. Okay, das machen wir gleich. Angriffsschaden, Überraschungsangriff, Kampfboost. Wir nehmen mal den Netzhüpfer. Okay, Netzsieb R1 bei weit entfernten Gegnern. Und dann Dreieck, bevor du ihn erreichst. Und von ihm zurück zu prallen. Machen wir. Hört sich wirklich sehr praktisch an. Ähm, 230 Punkte. Schon mal genial. Wie wär's denn mit... Hm. Kann mich wieder nicht entscheiden. Machen wir schnell Feuer. Ja, warum nicht? Wir haben sogar noch 130. Dann nehmen wir noch Netzreichweite. Perfekt. Okay, checken wir mal die Nachrichten. Aha, eine Unterhaltung. Sie haben beschlossen, die Atemkreuzung anzugreifen. Ah, shit. Ja, sie sind immer noch in Quarantäne. Schön. Okay, wie hole ich ihn jetzt hier raus? Einfach mal davor boxen, würde ich sagen. Piu, 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 piu. So, wir gehen raus. Ich befreie eine der größten Gefahren aller Zeiten aus dem Irrenhaus. Ist bestimmt toll für meinen Ruf. Auf jeden Fall. Oh Gott, wenn die Gefangenen nicht gleich ausbrechen. Nicht gut. Hier liegt was. Irgendwas aufgehoben. Magazin. Ja, können wir interagieren. Holm ihn aus. Sieht doch gut aus. Ich glaube, alle Zellen gehen in die Klochen. Wow. Ja, klasse. Klasse. Notfallentriegelung. Überbrückung ist unmöglich. Die Patienten können raus. Das ist deine Schuld. Du musst mir helfen. Ich soll dir helfen? Was sollte der Strom schlagen? Was machst du hier überhaupt, Spider-Man? Okay, ich helfe dir mit dem Chaos. Aber nur, wenn mir niemand in den Rücken schießt. Ich sollte auf dich schießen. Verschwinde von hier. Ich gehe schon. Aber rechne nicht mit einer Freundschaftsanfrage. So sieht's aus. Okay, retten wir die Angestellten. Wie kommen wir hier raus? Da hoch. Krabbel, krabbel, krabbel. Müssen wir runter. Können wir den da vielleicht irgendwie wegholen? Ja, können wir. Aber schnell. Wollen wir das doch mal ausprobieren. Oh yeah. Die drehen voll durch. Wo bist du schon? Na, 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 na. Nö. Machst du nicht. Oh yeah. 16, 17. 20 sind wir sogar schon. Yeah. Genau so. Genau so. So freuen wir wieder ab. Hat aber leider die Combo resettet. Irgendwie wehren die sich ja mal null. Zack. Gut, der hat mich nicht getroffen. Oh ja, von hinten. Oh, mit der Special-Attacke hingerichtet. Immer wenn die so schwimmig sind in der Birne. Gleich können wir das einsetzen. Ich warte da. Hey, Moment. Schätze, er kennt sich hier ganz gut aus. Zeit, die Leute in die Zellen zu bringen und die Verletzten zu versorgen. In die Zellen? Wir haben die einfach nur erledigt. 31er Combo-Serie. Sehr gut. Ich muss ein bisschen mehr die Netze in meinen Kampf integrieren. Das könnte echt praktisch sein. Okay. Ich will nur mal kurz die Zellen hier checken. Kann ja immer noch was rumlegen. Ah, macht nicht den Anschein. Naja, der kackt sich gleich voll. Nein! Bam! Genau so haben wir die fest. Still erledigt. Da haben wir wieder so einen Signatur-Move. Zack. Mit Keis können wir die also wegwerfen. Und ein netter Konter. Genau so macht man das. Sehr schön. Ich hoffe, das ist dieser Signatur-Move mit Kreis. Jedes Mal, wenn die benommen sind, drücke ich das. Können wir was mit dem anrichten? Ja, wirft den einfach weg. Coole Sache. Sei vorsichtig. Es brecht alles einfach zusammen. Alles klar. Warten Sie auf mich? Natürlich. Die Überwachungsmonitore zeigen, dass wir ganz frei zusammenschein. Dann mal weiter. Gut. Piu, 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 piu. Der Zirkus wird langsam anstrengt. Wohl wahr. Dann guck mal her. Oh ja. Ich hab Lust auf ein Tänzchen. Nein. Was für ein Move. Ah, nein. War der schon platt? Ja, gut. Ich dachte schon, ich hab viel Combo gesdroppt. Aber die war schon alle platt. Das ist abgleich verfügbar. Mein Gott, wir leveln wirklich sehr schnell auf. Was nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen mal Angriffskraft. Mehr Schaden ist nämlich immer sehr nötig. Hier haben wir nur 5. Okay. Hier können wir interagieren. Machen wir nochmal alle Zellen auf. What the hell? Ja gut, dann weiß ich, was wir hier machen müssen. Genau so geht's. Oh Gott, der ist richtig krank. Irgendwas leckeres, Jun? Ja. Krabbel, 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 krabbel. Bleib einfach hier, Kumpel. Oh, ist grad am Pissen. Und Signature-Move. Das muss er gewesen sein. Liegt da irgendwas? So hell aus an der Stelle. Lürfte nur Licht sein. Kann man vielleicht die Tür noch irgendwie so einschlagen? Vielleicht was hinter ist? Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Oh mein Gott, das sind immer ganz schön viele. Oh, ihr habt dann neben. Das ist natürlich auch anvisiert. Okay, stoßen wir uns ab. Oh yeah. Naja. Alter. Tillmann, noch mal. Oh, schöner Suplex. Wow. Die Kombos sind fatal. Ich könnte sogar noch hier die Möbel durch die Gegend fetzen. Okay. Ähm, wir checken noch mal die Gegend. Die hängen sogar jetzt an der Decke. Ah, hier dürfte nichts mehr rumlegen. Nee. Mental Health is a part of good health. Wohl wahr. Hört sich gut an. Ja, wir müssen auf dem Tisch Party machen. Ohlala. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Zwei tanzen später. Herrlich. Tanzen ist gut. Okay, wir müssen hier irgendwie drüber. Ich schätze nicht, wir können da... ...irgendwie eine Tür aufmachen. Das heißt, wir schwingen uns mal hier durch. Oh, dumm. Drückt halten. Oh, wen haben wir denn da? Und der spektakuläre Spider-Man befreit die elegante Dame in Nöten. Kann nicht wahr sein. Ich sage später, danke. Hey, kommen Sie zurück. Sie könnten sich bedanken, indem Sie in Ihre Zelle zurückgehen. Jawohl. Das wird die garan hier machen. Okay, müssen wir einen Weg finden. Hier geht wieder nichts auf. Hier ist sicher irgendwo ein Schacht. Können wir damit interagieren? Ja. Merkwürdig. Irgendwie will hier nichts aufgehen. Kein Schacht. Müssen wir wahrscheinlich nur ein bisschen besser umgucken. Ja, da oben, sage ich doch. Netsieb, da wollen wir mal abprallen. Ah, ich hätte nochmal Netsieb machen müssen. Moment. Das üben wir jetzt mal. Ah, shit. Wieder falsch. Abprallen. Ah, ich hätte ihn mehrmals abprallen können. Okay. Los. Abprallen. Netsieb, abprallen. Ach, gilt wahrscheinlich nur einmal. Okay. Warum würde ich erstmal ein bisschen weich kloppen? Oh yeah. Oh. Ich wollte sie leider nicht in die Kombo einbauen. Weil die ab Boden lagen. Äh. Äh. Okay. Weil das Ding halt hier so lustig am leuchten ist. Dann fangen wir nochmal schnell weg. Boom. So liegt hier nichts rum? Nicht den Anschein. Klebt irgendwas an der Decke. Jetzt musst du mich wohl durchlassen. Okay. Sollten wir ihn bekommen. Und runter. Wir sehen uns draußen. Kein Test, du darfst dir sagen, dass man auf mich schieße. Durchhalten, Doc. Bin dabei.